Gute meine Freunde und damit Willkommen zu einer weiteren Hunde Minecraft Skywarsch Und wir haben anscheinend noch echt grad guten Stuff, das freut mich doch mal, das freut mich echt grad Ähm, das brauch ich nicht Äh, mal kurz, was ist da drauf? Schutz und Haltbarkeit, das ist alles, ne? So, ähm, das ist schwächer, genau Okay, das Inventar ist grad ein bisschen sortiert, ich mach hier noch die Steine hin So, okay, das Inventory wär jetzt schön sortiert Dann geh ich mal zum Gegner, wo ist der nächste Gena in die andere Seite Sehr schön Oh, der kommt ja grad Oh, der ist ja sehr gut equipt sogar Ja, schön gekurvt Da kommt jemand, der abstaubt, alter, was? War das low, das war jetzt grad so low Vor allem, woher ist der gekommen, versteh ich nicht Mann Das nervt richtig bei Skywars manchmal So, die nächste Runde am Stüssel Äh, fähre ich mir, bist das nochmal? Weiß gar nicht Ähm, zack, 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 zack Okay, ich hab noch 30 Sekunden, um mich schnell zu equipen Ob das reicht auch? Alter, ich brauch das Ah, hier hab ich bessere Schuhe, sehr schön Gut, dann, ähm, ne Enderpearl wär ziemlich geil Hab ich jetzt leider nicht gekriegt, egal Dann mach ich mir meine Eisenhose noch Zack Vielleicht hätten sich Eisenschuhe fast besser gelohnt Oder? Ich bin mir grad nicht sicher, ob sich Eis... Doch Eisenschuhe lohnt sich eigentlich schon Chain Schuhe sind nur so stark wie, ähm, Goldschuhe oder Lederschuhe Und so gleich stark, alle die drei Und deswegen lohnt sich Dings eigentlich am meisten Am deutlich meisten Alter, Mann, verpisst dich jetzt nicht, das ist lame Oh, Mann, das ist richtig lame, was der hier abzieht Dann kann er das gar nicht richtig schlecht, irgendwie So, jetzt aber schnell essen, damit mir nicht wieder dasselbe passiert wie in der letzten Runde So, zack Ja, da kommt schon wieder einer Der es lustig findet, zu schrauben oder wie Warum ist hier so durchlöchert, das verstehe ich nicht, Mann Der kommt gar nicht Loi, warum kommt der nicht Verstehe ich nicht, aber egal Ähm, hier, zack, zack, zack Soll ich die Dias da holen? Ne, das lohnt sich gar nicht Das sind irgendwie vier Dias Gut, damit könnte ich mir, ähm, Dings einen Dier-Helm machen Ah, guck mal, da kommt der jemand schon Sehr viel mal die Plattform wissen Komm Blaze, Alter, die Blaze macht ja noch nicht mal was, wie behindert, richtige scheiß Blaze Alter Mann, ich kriege eine Krise Scheiß Blaze, Alter Manchmal ist sie so behindert, dass sie direkt hoch geht Wird ein richtig komisches Knockback, wenn man die schlägt, die geht direkt in die Höhe Richtig komisch Das Ding ist, du schlägst die Und statt dass die zurück geht, mach die sehen Richtig strange, aber egal Ich mach jetzt noch ne Runde Alle guten Runden sind drei So Leute, nächste Runde, wir spielen wieder auf derselben Map, Ena Eine meiner Lieblings-Maps, sag ich mal Und, äh, ja Mäht sich ziemlich schlecht um Stuff Gut, die Underperle geht, aber Ah, guck mal Hier unten hat sich das gute Zeug versteckt Woll grad sagen So, zack, zack, zack Das wieder rein Ähm, das brauch ich eigentlich nicht Nehm ich lieber das und Da hab ich nur dasselbe, Alter Ich hab aber keine Brustplatte Das ist doof, dann hol ich mir mal schnell welche Ähm, zack und Zack Schwert Da drüben ist hier jemand Den könnte ich ranken Ich glaub das müsste funktionieren So, hab's doch gesagt Ähm, gut, es war ziemlich knapp Muss man auf jeden Fall Lassen Aber ich hab ne Dia Äh, sogar ne Diabrus jetzt Das ist schon ziemlich nice Wenn man das mal so sagen kann Hier noch nen Kuchen Auf jeden Fall mal Essen hier Miam, miam, miam Zack, zack Wie kann man eigentlich das Achievement sortiert? Das ist ne interessante Frage Die ich leider grad nicht weiß Zu beantworten So Ich hab auf jeden Fall mein Kit noch nicht gejust Das kann ich noch machen Das heißt, das wär schon mal ganz gut Alter, es macht grad ultra Spaß hier mitzuspielen Ich weiß nicht warum Diesem Kit Hat's auf jeden Fall abgesehen Alter, wie ich grad so richtig verkackt hab LOL Warum hab ich so wenig Damage gekriegt? Alter LOL Was hatte der für eine Waffe? Ich weiß es gar nicht Hab ich grad richtig verkackt Wollte eigentlich einfach Kopf-Apps setzen Egal Es hat Es hat funktioniert Diese geheime Taktik Welche auch immer das war Ähm Es war ne Taktik Die war alles so geplant meine Freunde Das war Absicht Auf jeden Fall So Wer seid ihr denn Gegner? Ich könnte es mal versuchen in die Mitte zu gehen Ich glaub da war noch niemand Außer mit der Enderpearl Und dann müsste der direkt mit der Enderpearl wieder zurückgegangen sein Wer auch immer da war So, schnell, schnell, schnell Nämlich für einen in die Mitte zu kommen Ich glaub da war nämlich wirklich noch niemand Zumindest in diesen Dingen hier War noch niemand Schneebälle Das gefällt mir doch Zack, zack, zack Und wie ein Kompass Gefällt mir auch Ähm Zack Holz ist glaub ich das lauteste Holz zu platzieren Zumindest in diesem Soundpack auf jeden Fall So Gibt es sonst noch was interessantes? Ja Geht so Ich glaub ich lecke einfach grad Oh, nice Zwei Goldäpfel Zwei Zwei Goldäpfel machen will direkt rückstoß die brust ist noch nicht verzaubert explosionsschutz schutz ja zwei spieler leben noch der eine ist da den werde ich auf jeden fall mal holen könnt ihr eigentlich auch mit schneeballen runter boxen theoretisch soll ich es mal versuchen weiß es nicht jetzt hat er auf jeden fall gesehen dass ich die schneebälle habe aber ich will eigentlich auch schon normalen fight machen falls irgendwie möglich hat auf jeden fall keine schneebälle da bin ich überzeugt von es sei denn er hätte das geht so ein goldapfel der entus sehr schön der macht sich jetzt erst mal eine rot da muss ich vorsichtig sein auch nein flie doch jetzt nicht das ist lame das ist echt leben das was du abziehst wie komme ich hier am besten was war das hat finden lol hat der hex drin ich weiß es nicht gg danke auf jeden fall auf jeden fall alter danke report mich ja leute wenn euch die folge gefallen hat lasst mir einen daumen nach oben da würde mich mega freuen wie immer und dann sehen wir uns hoffentlich nächstes mal wieder bis dahin bleibt zauber haut rein und bis jetzt ab die 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 Bis zum nächsten Mal.